Heute im Test dieses Funksteckdosen-Zelt. Mit im Lieferumfang dabei sind neben einer kleinen Bedienungsanleitung noch diese drei Stecker. Die werden ganz einfach in die Steckdose gesteckt und mit einem Gerät verbunden, was man später fernsteuern möchte. Um das ganze fernsteuern zu können, liegt auch noch eine kleine Fernbedienung dabei. Auf dieser befinden sich insgesamt sechs Knöpfe. Einmal zum Aus- und einmal zum Einschalten der jeweiligen Steckdose. Und hier ein kleines Anwendungsbeispiel. Und nun zu meinem persönlichen Fazit von diesem Funksteckdosen-Set. Insgesamt hat mich das Ganze wirklich überzeugt, was ich am Anfang nicht gedacht hätte. Es funktioniert gut und sehr zuverlässig. Auch die Reichweite ist in Ordnung. Das Ganze funktioniert sogar zwischen verschiedenen Räumen. Und auch der Preis mit 24,90 Euro ist für mich in Ordnung. Das Ganze ist eine super Sache und wer auf so kleine Technikspielereien steht, dem kann ich das Ganze auf jeden Fall weiterempfehlen.